Leute, willkommen zu den Season 20 Patch Notes. Ja, auch dieses Video wird leider wie das letzte Patch Notes Video wieder sehr, sehr lang gehen. Die Liste der Patch Notes ist verdammt lang und ich werde zusätzlich am Ende noch einmal alle Perks durchgehen. Denn in der Patch Notes Liste gibt es für alle Legenden nochmal die Perks Erklärung. Und da sind ein paar Sachen dabei, die sind schon echt geil und es lohnt sich da vielleicht bis zum Schluss dran zu bleiben. Dann kommen wir zum Punkt, dass dieses Video präsentiert wird vom EA Creator Network. Es gibt nämlich wieder drei Coins zur Verlosung. Wer schon lange dabei ist, weiß wie es läuft. Diesmal aber ein wenig anders. Ich werde mit diesem Video den Aufruf einmalig starten. Ihr müsst also hier, wenn ihr gewinnen wollt, in diesem Video kommentieren und so weiter und so fort. Und am finalen Video, wo ich dann die Gewinner bekannt gebe, ziehe ich alle Gewinner gleichzeitig. Also, was ihr tun müsst und natürlich, morgen startet die neue Season, je nachdem wann ihr das Video seht. Ich werde live rein streamen auf Twitch. Auf YouTube würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da reinschaltet. Wer also Coins gewinnen will, 1000 Coins, 6700 oder 11500, vielleicht auch dreimal 6700, das weiß ich noch nicht genau. Lasst euch einfach mal überraschen, wenn ihr dann als Gewinner gezogen werdet. Sollte zwischen heute und Sonntag, wo ich die Gewinner bekannt gebe, noch ein Video kommen, erinnere ich nur nochmal an die Verlosung. Werde da aber keinen Gewinner ziehen. Ganz wichtig, was müsst ihr tun? Natürlich meinen Kanal abonnieren. Optional einen Daumen hoch, wäre schön. Ein Kommentar, wo drin steht das Codewort Coins für den Zufallsgenerator, damit ich euch ziehen kann. Und natürlich auf welcher Plattform ihr spielt. Ganz wichtig, Playstation, Xbox, PC. Achtung, PC-Spieler, das ist ein Origins-Code mit dem ganzen Cross-Progression-Spaß. Könnt ihr das aber, kriegt da hin. Und natürlich Instagram, wenn ihr als Gewinner gezogen werdet, müsst ihr mich auf Instagram bitte adden und mich anschreiben, damit ihr wisst, wie die ganze Geschichte läuft. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wir springen jetzt einfach mal auf die Patch Notes. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die werde ich nicht ansprechen, weil sie einfach nicht wichtig für die Änderungen sind. Aber es gibt wirklich verdammt viel. Deswegen wird das Video wieder sehr, sehr lange gehen. Wie gesagt, ich streame rein und so weiter und so fort. Danke für euren Support in den letzten vielen Wochen und Monaten. Freue ich mich drauf. Und wir starten. Ich werde mich viel wiederholen, weil es sind jetzt die offiziellen Patch Notes. Also wir fangen an. Map-Rotation Olympus Stormpoint Rand der Welt. Leistungsmodus 120 Hz für die Next-Gen-Konsolen. Achtung, es gibt das Gerücht, was besagt, dass es einen kleinen Aim-Assist-Nerf wohl gibt für die Leute, die mit 120 Hz auf den Konsolen spielen. Es kommt etwas später etwas, was darauf so ein bisschen hindeutet, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Nerf sein soll. Bleibt also dran. Und was es auch nicht gibt in diesem System, was hier, es kann sein, dass die Patch Notes nicht 100% stimmen, bzw. was heißt nicht stimmen oder nicht komplett sind. Das goldene Körperschild wird nicht erwähnt, was damit ist. Weil es gibt ja diesen Perk, dass du doppelt so viel Heilung in den kleinen Spritzen und Zellen dir reinziehst, was da passiert. Oder auch der rote Helm, der gesichtet wurde aus einem offiziellen Dev-Livestream, auch der taucht hier nicht auf. Deswegen muss man mal abwarten, ob da vielleicht irgendwo Fehler ist in der Masse. Ich erkläre euch jetzt nicht nochmal oder ich erkläre nur grob. Jeder Replikator kann nur einmal von jedem benutzt werden. Es droppen am Anfang zwölf Replikatoren, jeder nur einmal. Es gibt nur Schildbatterien, es gibt nur Medikits, es gibt Munition und es gibt die Spieler-Banner, falls jemand draufgegangen ist für diese Port-Legenden. Diese vier Sachen. Die Replikationszeit ist stark reduziert und du musst noch nicht ewig gedrückt halten, bis du das Ding aufmachst. Du drückst nur einmal, dann geht das alles ein bisschen schneller. Alles ganz toll und ganz simpel erklärt. Weiter im Text, wie gesagt, die Perks lohnt es sich wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben. Big Mode, komme ich gleich zu die Änderungen, kommt ein bisschen detaillierter gleich beschrieben. Legendenperks, wie gesagt, das ist hier alles detailliert beschrieben. Die einzelnen Legenden nochmal, wer das alles sehen will, bleibt bis zum Schluss dran. Wer nur die Patch Notes hören will, der sollte dann wegschalten, wenn er halt Bock hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn er dranbleibt. Patch Notes wurden entfernt, das ist glaube ich schon länger so. Warum auch immer, kann ich nicht genau sagen. Wir können unserem Gamertag jetzt einen Tag hinzufügen. Kennen wir aus COD, drei bis vier Buchstaben maximal. Haben wir so einen kleinen Tag vor unserem Spielernamen. Ist eine feine Sache, nichts Besonderes. Herstellung von 2.0. So, die Herstellungsrotation aus ausgedienten Waffen und Beute sind jetzt wieder auf dem Boden. Die ganze Geschichte mit den Replikatoren, habe ich gerade gesagt. Also es gibt auch keine Waffen mehr, die wir replizieren müssen. Das ist jetzt alles im Lootpool auf dem Boden zu finden. So, ihr könnt jetzt im Herstellungsmenü auf euer Inventar zugreifen. Ist auch eine interessante Änderung. Ramparts Dicke Mode oder Big Mode, da hat keiner so richtig drüber nachgedacht. Mit diesem System, dass wir keine Crafting Metalle mehr finden, können wir eigentlich diese Tresore in Big Mode nicht mehr öffnen. Die sind jetzt kostenlos, deshalb solltest du dir schnell aussuchen, welche Waffe du willst. Weil sie kostenlos sind, dann aktivierst du das Teil und dann dauert es aber eine Weile, bis dieser, ich sag mal, Tresor, wo die Waffe drin ist, aufgeht. Und du kannst nur einen einzigen pro Runde öffnen, ganz, ganz wichtig. Deswegen wähle. Weil so, es gibt auch keine goldenen Waffen mehr. Ja, und Loba kann aber trotzdem aus ihrem Black Market heraus eine zweite Waffe aus der ganzen Geschichte ziehen. So, Replikatoren habe ich erzählt. Care Package Waffe, die Eva 8 wandert rein, Gott sei Dank. Denn mit dem Perk für Gibby und Mad Maggie ist das eine ganz fiese Waffe. Und die wird noch fieser, wenn ich euch gleich sage, was die alles Krankes kann. Goldene Waffenrotation. Wir haben die 301, die 45, die Massive, die Devotion und die 3030. Ich quatsche bewusst so schnell, weil es wirklich verdammt viel ist. Ich habe gerade schon eine Aufnahme von 45 Minuten gemacht und habe festgestellt, mein Mikro war in der Bildschirmaufnahmeszene einfach mal aus. Okay, deswegen rede ich jetzt noch schneller, damit es keine 45 Minuten werden. Die 3030. Vetter nur Basisschaden von 42 auf 39 reduziert. Verdient. Munitionskapazität. Standardmagazin, also kein Magazin. Sechschuss. Wir haben das Weiße, wird auch von 8 auf 7, das Blaue von 10 auf 8 und das Goldene oder das Lila Magazin von 12 auf 10 reduziert. Schädelspalter, Kopftreffer-Multiplikator von 2,1 auf 2,0. Ist, denke ich, nicht wirklich relevant. Der Doppellader fliegt für die Waffe raus. Wahrscheinlich aus dem ganzen System fliegt er raus oder war sowieso nicht mehr drin. Also du pro Nachladesequenz nur noch eine statt zwei Kugeln. Wichtig, denke ich. Und auch völlig nachvollziehbar. Präzisionswaffenschaft, Ladegeschwindigkeit wurde normalisiert. Das heißt, du machst da jetzt einen Sniper-Shaft drauf. War aber vorher auch schon so. Also diese Nachladegeschwindigkeit, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr, dass du das dadurch ein bisschen flinker gestaltest. Nach, und das ist das, was ich nicht verstehe, ich kann auch immer nicht alles wissen oder alles erklären, aber Nachladen von 3 Granaten in Folge erhöht jetzt die Ladegeschwindigkeit bis zum Ende des Nachladens um 20%. Verstehe ich nicht. 3 Granaten? Was für Granaten? Egal. Ewa-8 zieht es euch rein. Gott sei Dank geht sie ins Care-Package. Schaden von... Das ist aber auch das Witzige wieder. Das ist die allererste Waffe, die ins Care-Package kommt und einen Schadensnerv bekommt statt einen Schadensbuff. Aber ihr werdet gleich sehen, dass das völlig gerechtfertigt ist. Schaden von 7 auf 6 reduziert. Feuerrate von 2,4 auf 3 erhöht. Ich habe ein Video gesehen, das ist unfassbar krank. Rückstoß wurde reduziert. Hammerpunkt. 20% mehr Schaden gegen Fleisch. Finde ich geil, dass wir das hier Fleisch nennen. Also du machst 20% höheren Schaden auf Gegner, die kein Schild mehr haben. Ist klar. Goldener Schrotflintenverschluss. Überschlitten. Nachgeladene Patronen von 1 auf 2 erhöht. Hinweis, diese Änderung betrifft nur die Ewa-8 im Care-Package. Also nicht alle anderen Shotguns. Die Hamlock bekommt den nächsten Nürn. Schaden von 21 auf 20 reduziert. War klar. Hüftfeuerstreuung wurde erhöht. Und Streuungsverzögerung. Das sind irgendwelche Zahlen, mit denen wir sowieso nichts anfangen können. Elster kann keine Laufaufsätze mehr ausrüsten. Die Brawler kommt natürlich zurück. Schaden von 16 auf 15 reduziert. Fire Receiving Mode fliegt leider wieder raus. Es ist zu kotzen. Ich liebe doch die Brawler so sehr. Salvenverzögerung und Streuungsverzögerung sind auch wieder Zahlen, die nicht relevant sind. Meiner Meinung nach. R99 kriegt wieder richtig eine auf den Deckel. Vertikaler und horizontaler Rückstoß im Visier wurde erhöht. Ja, irgendwann kannst du die gar nicht mehr aufheben. Das ist krass. Die 301 bekommt einen Buff. Die Hüftfeuerstreuung wurde reduziert. Das finde ich gut, weil vor kurzem wurde erst die Hüftfeuerstreuung für alle Sturmgewehre erhöht. R301 ist eine leichte Waffe. Also und die Flatline zum Beispiel eine schwere. Deswegen macht es für mich Sinn, das rückgängig zu machen für die 301. MP Ballistik. Projektil Gravitation für alle MPs. Das heißt, ein höherer Bullet Drop für die Munition, für die Kugeln auf Distanz. Und Projektilstartgeschwindigkeit für die meisten MPs reduziert. Glaube ich, wird man nicht wirklich spüren, weil normalerweise nimmst du einen MP auf Close-Range-Fights. Es sei denn, du bist ein absoluter Lasermaster. Digitale Bedrohung. Also das Digi-Visier kannst du nicht mehr auf MPs machen. Und die Spawnrate wurde ebenfalls in 20% reduziert. Laservisiere, Streuungsmultiplikatoren wurden ein wenig angepasst. Auch nichts, was wir wahrscheinlich wirklich extrem spüren werden. Eine Änderung, die ich sehr, sehr gut finde. Ein Gerücht, was sich noch lange, lange hält. Viele denken nach wie vor, dass schwere Legenden wie Gibi und Caustic zum Beispiel langsamer laufen. Sind aber genauso schnell schon immer so gewesen und waren noch nie anders wie alle anderen Legenden. Und das sieht durch diese Laufanimation einfach nur langsamer aus. Die haben jetzt eine neue Animation bekommen, die es dir als Gibi-Main von mir aus oder als Gibraltar-Main kommt. Ist dir so, falls es wird zu schneller laufen, weil das alles ein bisschen smoother und so weiter gemacht ist. Finde ich eine richtig, richtig coole Geschichte. Dann die Supporter-Legenden kommen wir gleich zu. Kommt nämlich eine Liste. Die Versorgungsbehälter werden überarbeitet. Und das ist eine gute Änderung. Lohnt sich noch mehr, eine Lifeline zum Beispiel zu spielen oder eine Loba Ballistik. Bekommt ein paar Änderungen, die ich sehr, sehr, sehr feiere. Aber seine Perks sind leider halt echt extrem langweilig. Die Sling-Weapon, quasi die dritte Waffe, die du ausrüsten kannst, ist nun eine full-kitted weiße Waffe. Das heißt, du hast ein weißes Magazin drauf, ein weißes Schäftchen. Keine Ahnung. Alles eben, was es so in weiß gibt an Aufsätzen. Und der Zorn-Effekt, wenn du deine ultimative Fähigkeit aktivierst, quasi schnelles Nachladen für dich und deine Teammates. Der Radius, in dem sich deine Teammates befinden, um diesen Buff zu bekommen, wird von 13 auf 90 fette Meter erhöht. Das heißt, wenn du echt mal im Loot ein bisschen langsam bist, so wie ich und deine Teammates sind vielleicht schon im Fight, kannst du die mit schnellem Nachladen auf 90 Meter Entfernung supporten. Das ist krass. Bloodhound, hier brauche ich eure Hilfe. Ich verstehe es nicht. Tracker, die ultimative Aufladung von Rabenscannen folgt jetzt auf das Jagdraben-Upgrade. Jagdraben-Upgrade? Wahrscheinlich, wenn der Jagdrabe da ist und du ihn scannen kannst oder noch nicht gescannt hast, kriegst du schon eine Ultiladung. Ich verstehe es sonst nicht anders. Catalyst ist ein bisschen komisch. Ferrobarriere, ihre ultimative Fähigkeit heißt nicht Ferrobarriere, aber es kann nur die Ulti sein. Passt auf, bei Catalyst und bei Horizon wird es so lächerlich, dass man das eigentlich nur in den Dreck ziehen muss, auch wenn es von EA gesponsert ist. Aber da kann ich nachher nicht meine Klappe halten, wenn wir zu den Perks kommen. Es lohnt sich. Bleibt bis zum Schluss dran, denn ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Dauer von 25 auf 15 Sekunden reduziert. Catalyst wurde in Season 19 schon so runtergenervt, dass es nicht mehr feierlich war und jetzt kriegt sie noch eine rein. Und die Länge von 55 auf 40 Meter. Why? Conduit. Auch ziemlich heftig, wie ich finde. Abklingzeit von ihrer taktischen von 21 auf 26. Da kann man sich noch drüber streiten, das mag noch okay sein. Aber die vorübergehende Schildregenerationsrate wurde von 20 auf 15 reduziert. Und die vorübergehende Schildregenerationszeit von 8 auf 9. Das heißt, du brauchst eine Sekunde länger für 5 Trefferpunkte weniger, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber es ist halt so. Energiebarrikade. Die Minendauer von 60 auf 45 Sekunden reduziert. Ein gerechtfertigter Nerf, wie ich finde. Und die Minen halten jetzt nur noch 200 statt 250 Schaden aus. Auch okay. Und die Entfernung, in der zu nah aneinander platzierte Minen entfernt werden, wurde um 100% erhöht. Das passiert normalerweise nur, wenn du das so blöd stellst. In Gebäuden zum Beispiel oder irgendwelchen Ecken. Dann kommen die sich in die Querung, verschwinden. Das soll wohl dann weniger passieren. Crypto-Kamera-Drohne. Geschwindigkeit der Drohne, des Drohnenrückrufs wurde leicht erhöht. Und die Übergänge, die Transition in und aus der Drohne heraus, wurde beschleunigt. Finde ich gut. Und Horizon, wie dolle wollt ihr diese Legende noch zugrunde nerden, bis sie nicht mehr spielbar ist. Gravitationslift. Und wartet auf die Perks. Es wird so lächerlich. Gravitationslift. Abklingzeit von 20 auf 25 Sekunden erhöht. Ist das wirklich nötig? Leute, kotzt euch aus oder sagt, ja, es ist verdient, aber ist das wirklich nötig? Lifeline. In Modi mit aktivierten Upgrade. Also wenn du den Perk aktiv hast. Lifelines Care Package hat eine 50-50% Chance, anstelle einer Rüstung ein zusätzliches Smart-Ausrüstungsteil, also ein Verbrauchergegenstand zu droppen. Matt Maggie, die Abrissbirne, wird nicht mehr durch ersten feindlichen Treffer zerstört. Ach, das ist möglich? Mit dem ersten feindlichen Treffer das Ding zu zerstören? Da musst du doch ordentlich drauf ballern, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich spiele die so selten, dass ich das nicht beurteilen kann. Stattdessen löst die Abrissbirne eine Explosion aus, ehe sie in ihrem Weg fortgesetzt wird und später eine zweite Explosion auslöst. Eine Person kann nach dem ersten Kontakt zwei Sekunden lang nicht mehr erneut von der Birne getroffen werden. Das kennen wir auch aus dem Gravity Lift. Da gehst du einmal rein, gehst kurz raus und dann kannst du kurz nicht angehoben werden. Wenn so ein Teil mal an der Tür platziert wird, kommst du so rein, wenn das einer blockiert, wer das nicht weiß. Kleiner Tipp. Gibt es auch Video von mir, glaube ich. Das passiert ja aber mit der Abrissbirne auch nur in Gebäuden. Ansonsten macht das, denke ich, kaum Sinn oder es prallt von der Wand ab. Und Spieler können von Shellshock, was auch immer das ist, und Knockback-Effekten nur einmal beeinflusst werden. Das heißt, wenn das Teil dich trifft, wirst du nur einmal zurückgeworfen. Kein zweites Mal Shellshock, keine Ahnung, was das ist. Durchschläge und zerstört jetzt getroffene Geräte. Macht Sinn. Octane, Sprungkissen. Der Audioabfall von Doppelsprüngen wurde angepasst, um, das ist eigentlich Quality of Life Change meiner Meinung nach, um aus größerer Entfernung schlecht zu hören zu sein. Das heißt, der erste Sprung, der ist ja näher am Gegner, wenn du versuchst, vom Gegner zu flüchten, als der zweite Sprung, der vielleicht 10 Meter weiter weg ist. Das hört sich dann leiser an. Macht irgendwo Sinn. Pathfinder, Überwachung. Der Scan von Care-Paketen gewährt jetzt, und das macht für mich Pathfinder weniger spielenswert, aber auch irgendwie nicht, auch irgendwie gerechtfertigt. Du bekommst nur noch 50% ultimative Ladung, nicht mehr 100%. Gleich so ein bisschen alle anderen skirmischer Legenden an, weil die bekommen gar nichts, wenn du da so ein Care-Package scannst. Und die ultimative Fähigkeit hat einen Abklingen-Boost von 15 statt 10 Sekunden. Das heißt, 15 Sekunden schneller. Ja, denke ich, wenn ich das richtig verstehe. Dies gilt auch für Scans von Ringkonsolen und Überwachungssendern. Wer sich jetzt hier wundert, der kann das machen. Als PIR kannst du dich zwischen Ringkonsole und Überwachungssender, dann kannst du dich dann entscheiden. Das finde ich eine coole Sache. Karten-Updates. Gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen, dass dieses ganze Anniversary-Event-Skin-Gedöns, die ganzen bunten Sachen, lasse ich weg. Donnerkuppel, verliere ich auch keine Worte drüber. Es ist eine neue Map im Mixtape-Modus. Ganz spannend. Mixtape-Variante wurde nur minimal ein bisschen was verändert. Was interessant ist für Gunrun, ist, dass das Elektrogewehr entfernt wurde und die Cray-Bahn zugefügt wurde. Das ist ganz interessant. Ansonsten haben wir den Modus Straight Shot. Ich erkläre es gerne nochmal, ansonsten es gibt 1-2 Minuten weiter. Das ist der Modus, der aktiv sein wird, wenn die neue Season aktiv ist. Wir droppen mit 30 Spielern, 3er-Squads. Es gibt keinen Jumpmaster. Du startest random auf einem POI. 2 Squads pro POI. Auch wenn es hier nicht drin steht, wurde es so gesagt. Und es liegen überall auf dem Boden full-kitted Weapon von Weiß bis Gold. Und ansonsten, und das ist eine Änderung, die ich hoffe, dass die irgendwann Full-Time ins Spiel für alle Modus. Modus findet. Sollte dein gesamtes Squad draufgehen, kannst du ja theoretisch deinen Gegnern, die dich geplättet haben, noch weiter hinzugucken. Du kannst aus diesem Todesbildschirm direkt die nächste Runde starten und musst nicht in die Lobby zurück. Das finde ich geil. Deswegen auch Straight Shot. Du bist straight in der Action. Ich hoffe, dass das für Ranked und für Publix und alle anderen Modi genauso mal implementiert wird. Zumindest verständlich, wenn du einen full-kitted Squad hast. Also drei Leute, mit denen du kommunizierst und keine Randoms dabei hast. Das wäre wirklich eine richtig, richtig nice Geschichte. Oder du hast vielleicht einen Random dabei, der gut ist und dann sagst du, hey, wähle mal bitte aus. Willst du mit uns nochmal zocken, dann geht es direkt weiter. So eine Option könnte ich mir vorstellen. Und genau deswegen geht auch das Video so lange, weil ich muss einfach meine Meinung loswerden. Ich weiß, das stört einige, aber megal. Rangliste. Ich gehe es nochmal kurz durch und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und das Smurfen für mich schon wieder so ein bisschen pusht. Level-Voraussetzung wurde wieder von 50 auf 20 reduziert. Klar, für Anfänger, die wirklich neu sind, ist das cool. Aber für Smurfer Dreck. Teilnahmegebühr wieder 20. Ranked Punkte pro Stufe. Ab Silber. Vorher ist es dann wieder kostenlos, wenn ich mich nicht täusche. So war es ja schon mal. Und wenn ich das richtig verstehe, kostet jede Runde 20, auch wenn du die abelst. Da bin ich mir nicht sicher, ob sich das sukzessive erhöht. Keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Heißt auch wieder Ranked Punkte, nicht Leiterpunkte. Wer das verpasst hat in meinem letzten Patchnote-Video. Spieler-Ranglisten jetzt sichtbar. Whatever. Wahrscheinlich eine Ranglisten. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich so eine Top 1000 oder so. Ich weiß es nicht genau. Beförderungsprüfen wurden entfernt. Gott sei Dank. Vorläufige Spiele wurden entfernt. Gott sei Dank. Das war völlig useless. RP-Voraussetzung gibt es einige Erhöhungen. Das kommt jetzt. Der RP-Wert fürs Matching wird auf Höhe des Spielers mit den meisten Ranked Punkten gematcht. Das bedeutet, du kannst ja mit einem Bronze-Spieler, mit einem Gold-Spieler oder mit einem Master-Spieler, die drei können zusammenspielen. Vorausgesetzt, dass es kein Random, der da irgendwie dabei ist, dann funktioniert das nicht. Wenn du ein volles Squirt hast und da ist ein Master dabei, dann bekommt ihr auch Gegner auf Master-Niveau. Normalerweise. Das heißt, es gibt keinen Mittelwert aus Master, Bronze und Gold, sondern der stärkste Spieler gibt den Wert vor. Splits kommen zurück. Wir werden jetzt ein letztes Mal von 19 auf 20, also auf Season 20, noch einmal auf ein Ranked Punkt runtergesetzt. Wir sind quasi alle nochmal gleich und danach ranken wir wieder ganz normal bis zum Split, werden wieder sechs Divisionen zurückgesetzt. Wer nicht weiß, was eine Division ist, Gold 1 ist eine Division, Gold 2, Gold 3, Gold 4 und dann und so weiter und so fort. Das heißt, sechs Divisionen zurück und am Seasonende oder zum Seasonwechsel wieder sechs Divisionen. So wie wir es früher kannten. Ja, einfach. Es war klar, dass das passieren wird. Gott sei Dank hat sich das neue System nicht durchgesetzt. Es ist gut, dass es auch mal einen Schritt zurück gibt und die Community einfach was zu sagen hatte. Aktualisierte Boni, Herausforderer Bonus. Ein Bonus von 50% für die Eliminierung höher eingestufter Spieler, an denen ihr selbst beteiligt wart. Das bedeutet für mich, es ist jetzt nicht mehr ganz so random, wenn du einen stärkeren Gegner hast, du mal mehr oder mal weniger Punkte bekommen. Jetzt kriegst du auf jeden Fall immer nochmal 50% zusätzlich, als wäre es ein Spieler auf deinem Niveau. In Zahlen ausgedrückt, I don't know. Dann haben wir jetzt in Zahlen auch den Streak-Bonus. Wer hier Fragezeichen hat, es gibt jetzt einen neuen Streak-Bonus. Schaffst du es in die Top 5 einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, ohne dazwischen einmal außerhalb dieser Top 5 zu landen oder komplett drauf zu gehen, bekommst du ab Spiel 2 10, ab Spiel 3 20, 30 und 40 Bonus-Punkte. Macht, denke ich, im Kohl nicht fett, ist aber trotzdem. Wobei, wenn du einmal eine Fünferstreak erreichst, 10, 20, sind 30, 60, sind 100 Punkte, 100 Rank-Punkte mehr auf die gesamten fünf Spiele. Okay, kann man mitnehmen. Das Weltsystem, erweiterte Versorgungsbehälter, das interessiert jetzt die Spieler wie Lifeline oder Loba, die Loot-Bins, das extra Geheimfach. Spieler können Ausrüstungs-Upgrades wie Knockdown-Schilde, Helme und Rucksäcke jetzt aus dem Geheimfach rausholen. Geringe Chance auf violette Ausrüstung, wenn ein Mitglied des Squirts weiß oder gar keine Ausrüstung hat. Macht für mich null Sinn, warum das dann lila ist. Eigentlich müsste eigentlich jeder blau haben, damit die Wahrscheinlichkeit auf lila da ist. Aber von mir aus geringe Chance auf den Erhalt von goldener Ausrüstung, wenn der gesamte Squirt silber ausgerüstet ist. Also weiß, selten. Das macht für mich auch keinen Sinn. Verlässlicher Erhalt von Hitzeschildern und mobilen Respawn-Beacon. Erhöhte Wahrscheinlichkeit über Spritzen und Medikits. Ja, sollte eigentlich auch so sein für Support-Legenden. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Ich hoffe, es sind noch ganz viele von euch da. Ring-Exploit-Prävention. Versteht ihr das genauso wie ich oder verstehe ich es falsch oder keine Ahnung? Spieler, die sich zu lange außerhalb des Rings aufhalten, werden nach einer Warnung eliminiert. Wenn das so ist, wie ich das verstehe, ist das krank. Es ist geil. Es ist kacke. Es ist alles. Aber dieses Ding hätten wir schon gebraucht, wo wir noch den Replikator mit 100.000 Millionen Crafting-Materialien haust du dir in der dritten, vierten Zone mit dieser Energiekuppel, wo du keinen Schaden kriegst von der Zone. An einem Replikator haust du dir ein Medikit nach dem anderen raus, damit du ja in die Top Ten kommst und kein Minus machst, die ganzen Out-of-Bounds-Camper. Aber das hätten wir schon vorher gebraucht. Also wenn ich es richtig verstehe, kannst du dich nicht mehr so lange außerhalb der Zone aufhalten, bekommst du einen Counter, ähnlich wie wenn du irgendwo Out-of-Bounds auf einem Berg bist oder so und da eine Weile wartest. Dann kommt der Counter und wenn der auf Null ist, bist du tot. Dann musst du gerespawnt werden. Ich bin gespannt. Das ist eine geile Änderung. Und ich bin gespannt, wie der Timer sein wird und wie viel Zeit man hat. Das ist ein gutes Ding, um nicht mehr so lange außerhalb der Zone zu kämpfen. Gerade in Ranked ist das eine ganz, ganz, ganz starke Sache. Bugfixes spare ich mir. Audio spare ich mir. Grafik für PC-Spieler. Lest es euch bitte durch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Achso, DX12. Absturzursachen wurden behoben. Legenden. Das ist auch absolut uninteressant. Lass ich weg. Ansonsten, wer es lesen will, ich weiß, es sind 100% Patchen und ich lese nicht alles vor. Aber es gibt so Sachen, die lohnen sich nicht vorzulesen. Ansonsten Pause drücken, kurz lesen. So, Quality of Life Changes. Zerstörbare Legendenfähigkeiten haben jetzt ein konsistentes Schadensfeedback. Das heißt, wenn jemand auf deinen Schildmast oder auf deine Gasfallen schießt, bekommst du ein Schadensfeedback mit einem grauen Schadenswert. Objekte mit bisher rotem Fleisch Schadenswert werden nun grau angezeigt. Und dieser Schadenswert zeigt an, ob das Objekt zerstört wird. Das kriegst du dann besser mit irgendwie. Bessere Sichtbarkeit für diese grauen Schadenswerte. Okay, Schießstand. Irgendwas mit Nessies. Sorry, aber wen interessiert's? Waffen, Gunrun, die Siegbenachrichtigung des erfolgreichen Teams besagt. Jetzt, du bist Champion und ich, das Team ist Champion. Darauf habe ich gewartet. ADS-Empfindlichkeit per Optik. Du kannst bei CIR jetzt extra die Empfindlichkeit in der Optik oder wenn du deinen Herzschlagsensor passiv, also wenn du den, nicht passiv, sondern aktiv einsetzt, kannst du jetzt extra im Menü nochmal dem eine Empfindlichkeit verpassen. Ähnlich wie bei verschiedenen Visierstufen kannst du andere. So, jetzt kommt das, was ich besprochen habe, wo es hieß 120 FPS mit einem verbundenen Aim Assist Nerf. Ich kann, wenn das so stimmt, kann ich es nicht nachvollziehen, was hat das mit den 120 FPS zu tun. Ich kann dieses Mi-Mi-Mi um diesen verdammten Aim Assist langsam nicht mehr ertragen. Leute, entweder spielt ihr auf Maus und Tastatur oder spielt Controller. Hört auf zu jammern. So, Zielunterstützung. Sorry für die ehrliche Meinung, ist mir aber egal, wen es stört. Zielunterstützung. Weil das geht schon jahrelang, dieses Thema. Gerade in Just-for-Fun-Events, wenn du welche machen willst mit deinen Leuten, kommen da PC-Spieler und jammern wegen Aim Assist. Boah, deswegen haben so viele keinen Bock auf diese Turniere, weil dieses Gejammer einfach nicht aufhört. Sorry, jetzt bin ich fertig. Zielunterstützung im Leistungsmodus fühlt sich jetzt ähnlich wie der 60 Hertz Modus an. Das heißt, wir haben ja auch, wenn ich das richtig verstehe, ich spiele auf PS5, habe die ganze Zeit 60 Hertz, bekomme jetzt 120 und der Aim Assist bleibt gleich. Verstehe ich was falsch? Bitte korrigiert mich. Und bitte nehmt es mir nicht übel, dass ich manchmal meine ehrliche Meinung einfach raushauen muss. Erweiterte Haptik und adaptive Trigger. Also es sind jetzt adaptive Trigger am Start. So, dann gibt es noch ein bisschen Navigationsgedöns. Das ist auch absolut unspektakulär. Grafik-Settings, die kann ich im Näheren nicht wirklich detailliert beschreiben. Alle PC-Junkies unter euch. Bitte, bitte pausiert. Schaut es euch genau an. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich fertig bin, theoretisch für alle, die jetzt die Perks nicht sich nochmal reinziehen wollen. Es lohnt sich aber hier und da nochmal dran zu bleiben. Es gibt nämlich hier und da Perks, die dumm sind oder geil und krank und witzig und alles zugleich. Wir fangen einfach mal an. Also danke für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Alle, die jetzt noch dranbleiben und sich das reinziehen, erst recht. Danke. Hashtag, ich ziehe mir alles rein. So, wir fangen an mit Ash und den ersten zwei Perks auf Stufe Blau. Zeigt nach einem Squat-Vibe die Zahl der Squats in einem Radius von 150 Metern an. Du siehst scheinbar nicht den genauen Standort, aber du weißt grob, wie viele Squats in der Nähe sind. Das ist ein effektiver Perk. Deswegen geht es auch so lange, weil ich es kurz für manche erkläre, die es vielleicht nicht ganz verstehen. Du weißt, wenn du einen Squat gebumst hast, lohnt es sich zu looten in Ruhe oder müssen wir uns darauf gefasst machen, dass wir gethirt-partied werden. Das ist ein echt effektives Ding. Oder passive Fähigkeit. Verfolg die Position von Gegnern auf der Karte 60 Sekunden lang. Das ist quasi das, wenn du die Gegner von einer Deathbox durch eine Deathbox markierst, die gerade die Gegner da drin getötet haben. Ich denke, das ist verständlich. So, Stufe 3. Bogenfalle bleibt 24 Sekunden lang im Spiel und kann mehrere Gegner fangen. Das heißt, du knallst hier diesen Arx-Snair auf den Boden und entweder in 24 Sekunden läuft da einer rein, ist dann gefangen. Dann läuft von mir aus noch ein zweiter und ein dritter rein und alles ist toll. Oder du hast eben eine zweite Ladung. Was ist geiler? Live erzählt es mir. Es ist auf jeden Fall beides geil, würde ich sagen. Du kannst auf jeden Fall für 24 Sekunden Eingänge erstmal blockieren, weil du kannst den Arx-Snair nicht zerstören. Das ist echt sicherlich richtig, richtig cool. Ballistik leider sehr langweilige Perks. Er hat geilen Buff bekommen, aber leider ist das sehr langweilig. Relevante Munition in Todeskisten. Relevant ist das Einzige, was interessant ist. Es zeigt nur die Munition an, die du auch trägst und nicht alle Munitionsarten. Zeigt die wertvollsten Inhalte eines Care Packages an. Kann man machen, aber das möchte ich dann trotzdem selber. Ja gut, entweder ist es was Tolles drin oder eben nicht. Lohnt sich Sinn zu laufen oder nicht. Dritten, die Stufe Lila. Erhalte einen Smart. Projektilladung, also ein extra Projektil, also eine zweite Ladung. Nicht ganz so spannend. Dauer des Smart Projektils wird verdreifacht. Du kannst das Ding ja auch auf den Boden schmeißen. Dann hast du wie so eine Mini-Bubble, wo du auch einfach erstmal eine Tür blockieren kannst. Oder es läuft jemand rein und ist erstmal für die Zeit mit deinem Debuff belegt. Ja, ich finde es langweilig. Leider Ballistik sehr, sehr langweilig. Bangalore, sehr interessant. Erkenne explosive Sachen, also Granaten durch Wände und in Todeskisten. Das ist jetzt noch weniger spannend. Verkürzte Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit um 60 Sekunden. Sehr stark. Und jetzt wird es eigentlich richtig interessant. Die Laufschritt Aktivierung, also Double Time, werden automatisch gepinkt. Das heißt, ein Gegner, der dir das Double Time verpasst, weil er dich vielleicht angeschossen hat oder neben dich geschossen hat, der wird gepinkt. Stark. Aber viel interessanter ist die Regeneration im Rauch. Ich habe ein Video gesehen. Das ist ungefähr so schnell, vielleicht minimal schneller als die passive Heilung von Octane. Wir kommen zu Fuse. Erkenne explosive Waffen in der Nähe oder durch Wände, also Granaten. Oder er leitet 50% weniger Schaden und keine Verlangsamungseffekte. Stark. Stark oder kurzer Tempo Boost nach erfolgreichem Nackel. Cluster Treffer ungefähr so schnell wie Double Time von Bangalore oder 25% weniger Schaden durch Explosiv-Sachen. Auch nicht schlecht. Mad Maggie. Die Abrissbirne. Und ich finde es interessant, dass das schon auf Stufe blau ist und nicht auf lila. Alle, die sich in einem Gebäude aufhalten, die sollten zittern, weil das ist der einzig sinnvolle... Naja, wohl. Naja, Abrissbirne fängt Feuer und erzeugt Thermitexplosionen. Ihr habt es sicherlich in irgendeinem Trailer, im Gameplay-Trailer oder so gesehen. Wenn du das in einem Gebäude zündest, holla die Waldfee. Das wird hässlich. Oder Schrotflinten werden bei Nox automatisch geladen. Eva-8. Also wenn du die Eva-8 hast, aktiviere den Perk und du bist ein richtiges Dreckschwein. Das ist echt heftig. Du musst einfach nur gedrückt halten und warten, bis sie in deine Munition reinknallen. Reinlaufen, deine Schüsse. Drittes Upgrade erhöht, erhöhe Tiefe und Breite der taktischen Fähigkeit um 50% oder bekomme eine zweite Aufladung und reduzierte aktive Dauer um 25% des Bohrers. So, jetzt dachte ich, das ist schon vorbei, aber ich muss hier wieder hochscrollen. Ähm, Horizon. Und jetzt wird es richtig dämlich. Zieht es euch rein. Schildbatterieanzahl wird über Todeskisten angezeigt. Das ist ja noch interessant, wenn du gerade krampfhaft Button suchst, siehst du das und weißt, du musst nicht sinnlos da reingucken. Erkenne Explosiv-Sachen durch Wände und Todeskisten nicht mega spannend, aber jetzt kommt der Hammer. Reduziert Abklingzeit der taktischen Fähigkeit deines Gravity Lifts. Um 5 Sekunden. Und erinnert euch, was ich euch in den Patch Notes vorgelesen habe. Horizons taktische Fähigkeit wird um 5 Sekunden verlängert. Also die Cooldown. Die machen quasi einen Nerf und machen den Nerf wieder rückgängig mit einem Level 3 Upgrade. Was zum Teufel soll das? Oder verkürzt die Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit. Sorry, aber null Verständnis für diesen absoluten Blödsinn. Horizon wird immer dümmer. Von Season zu Season wird die immer schlechter und es ist einfach dumm. Verstehe ich nicht. Die hat das nicht verdient. Octane. Er leitet 25% weniger Stim-Schaden. Mega geil. Oder 25% weniger Schaden durch Explosivwaffen. Das macht am meisten Sinn. Änderung, Sprungrichtung mit dem Sprungkisten, Doppelsprung. Sprungkisten, Doppelsprung. Habe ich letztens erzählt im Patch-Notes, nicht im Perks-Video. Der Richtungswechsel ist so massiv und so krass. Und dieser Richtungswechsel plus Reichweite ist auch so krass, dass es eigentlich nicht schlecht ist. Aber ich denke ein zweites Jump Pad ist viel, viel interessanter. Sehen wir auch im Long Trailer, dass der ein zweites Jump Pad rausballert. Finde ich stark. Pathfinder gewährt Zugriff auf Überwachungssender oder auf eine Ringkonsole. Finde ich richtig geil. Das macht den Sinn von Pathfinder Pfadfinder wieder sinnvoll. Er kann wieder den nächsten Ring scannen oder eben die Gegner. Ich finde das stark. Oder Grappling Hook Uplink Zeit auf 0, wenn du jemanden knockst. Oder 25% weniger Schaden an aufgeladenen Seilrutschen. Jetzt fragen sich viele, was ist eine aufgeladene Rutsche? Seilrutsche. Achtung. Dieser Buff, das ist genauso dumm. Dieser Buff zählt nur für Pathfinder und nur auf seiner eigenen Zip-Line. Völlig hohl. Die ist aufgeladen. Du siehst das, du droppst quasi deine ultimative Fähigkeit und dann siehst du so eine Blitze. Das sieht aus wie so ein Laserschwert an deiner Zip-Line. Und das verschwindet aber über Zeit. Das heißt, wenn du die stellst, ist der Perk irgendwann vorbei. Ist zu Ende, weil du nicht früh genug an diese Zip-Line rangegangen bist. Das heißt, an deiner eigenen Zip-Line kannst du über Zeit 25% weniger Schaden erleiden. Das ist so ultra langweilig. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich bin auch überzeugt, dass das Perk-System über Zeit angepasst, verbessert, verändert, gebufft, genervt wird. Wie auch immer. Revenant zeigt nach einem Squat-Rap die Anzahl der Squats in einem Radius von 150 Meter. Ähnlich wie bei ich und was Ash. Ich glaube, Ash ist ein sehr starkes Ding wirklich. Oder reduzierte Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 5 Sekunden. Ganz klar das hier. Schattensprung-Aufladezeit um 20% reduziert. Oder Schattensprung-Abklingzeit wird durch Knockdowns zurückgesetzt. Sehr, sehr stark. Du kannst ganz schnell jemanden knocken und dich verkrümeln oder, keine Ahnung, irgendjemandem helfen. Horizon erhöht horizontales Jetpack-Tempo und Beschleunigung. Oder Fliege mit Himmelssprung 15% höher. Das ist auch so eine Lächerlichkeit. Die Höhe wurde einfach irgendwann mal gepatcht. Und jetzt sind wir wieder beim Ursprung. Das als Perk zu deklarieren, finde ich das schon sehr, sehr schwach. Oder modifizierter Raketenschwarm. Erhöht der Wirkungsbereich 4x3 auf 3x5. Oder erhöht Jetpack-Treibstoff um 25%. Denke ich, ist sehr, sehr interessant. Wurde aber genauso irgendwann mal reduziert. Das ist einfach nur ein Rückgang. Und Welk ist wieder so stark wie zum Release. So ungefähr schwach. Komm ich nicht drauf klar, es tut mir leid. Wraith. Hast du die Fähigkeit wandt, wenn sich die Zahl der Squats in der Nähe erhöht? Das ist geil und verhindert eine Third-Party, wenn du gerade jemanden versuchst zu plätten. Wenn er zuverlässig wirkt und du es auch in der Hektik mitkriegst, ist das sehr stark. Und du kannst den Callout an deine Mails geben. Achtung, da passiert gleich eventuell was. Wir müssen aufpassen. Reduziert Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 5 Sekunden. Das ist dann weniger interessant. Oder Aktivierung der taktischen Fähigkeit um 20% reduziert. Das ist viel zu wenig. Ich habe es gesehen in einem Spiele-Tester-Video, die schon die neue Season testen durften. Du merkst kaum einen Unterschied, wenn du unsichtbar wirst, die Zeit. Aber ich glaube, Wraith-Mains werden trotzdem zu diesem Perk greifen. Oder verkörbte Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit um 60%. Das unsichtbare Ding, das ist doch das Interessanteste an Wraith und nicht das Portal. Wir gehen weiter im Text und es wird trotzdem sehr, sehr lang. Es tut mir leid. Bloodhound, weißer Rabe laden 25% ultimative Ladung auf, wenn aktiviert. Reduzierte Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 5 Sekunden. Oder verdoppelte Dauer der Vollkörpermarkierung der taktischen Fähigkeit. Und erhalte 25, das finde ich sehr stark, erhalte 25 Lebenspunkte, wenn du jemanden knockst, während du in deiner ultimativen Fähigkeit bist. Das ist einer der stärksten Perks, überhaupt würde ich behaupten. Das ist, ich glaube, geil. Krypto, verkürzte Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 10 Sekunden, verkürzte Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit um 30 Sekunden. Das ist sehr stark in Verbindung mit einem der beiden Perks. Zum Beispiel erhöhte NeuroLink EMP-Reichweite um 25% von mir aus von 10 Meter auf 12,5 Meter. Ich denke, das kann schon viel ausmachen. Oder Einsatz der Drohne offenbart Squats in der Nähe. Auch nicht schlecht. Seer erhöhte Passiv, erhöht passive und taktische Reichweite um 75 Meter. Merkt ihr langsam ein kleines Muster. Seer wird so ein bisschen mit den gesamten Perks, so wie er damals einfach war, zumindest ein Teil. Oder schnellere Bewegungen mit passiver Fähigkeit, ist auch nicht schlecht. Und dann haben wir die erhöhte Wurfdistanz der ultimativen Fähigkeit um 20 Meter. Merkt ihr was? Das ist so, wie es hier früher war. Oder erhöhte Scan-Dauer der taktischen Fähigkeit um 1,5 Sekunden. Jetzt kommen wir zu Vantage. Ich weiß, hier heißt Vantage. Gewährt Zugriff auf Ringkonsolen oder ultimative Beschleuniger? Gewähren zwei Projektile statt einem. Holla die Waldfee. Und Vantage hat ja zu Season 19 schon ein Projektil mehr von 5 auf 6 bekommen. Ich denke, Vantage wird nochmal spielbarer. Mega, mega krass. Und als letztes verbessert er Doppelsprung der taktischen Fähigkeit. Ich glaube, so ein bisschen höher, ein bisschen weiter und ein bisschen genauer. Oder aktualisiert taktische Fähigkeit bei Treffern mit ultimativer Fähigkeit. Hast halt deine Dingens schneller wieder voll, deine Fledermaus. Dann haben wir Catalyst. Erhöht die Wurfdistanz von Stacheln um 40%. Same in Green wie Seer. Erhöhte maximal Anzahl von Stacheln um 1. Es waren zwei und sind zwei. Es werden drei. Oder? Ich spiel die so selten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und erhöhte Länge der ultimativen Fähigkeit um 15 Meter. Kreativ. Wir nerven Catalyst in Season 20 von 55 auf 40 Meter und geben mir einen Perk, der aus 40 Metern 55 Meter macht. Hier. Erhöhte Dauer der ultimativen Fähigkeit um 5 Sekunden. Es tut mir so leid. Und dann kommt ein Caustic, wo du dir denkst, Alter, der ist so krank, ich könnte am liebsten selber Caustic mähen werden. Ich hasse Caustic. Erhöht die Wurfdistanz der taktischen Fähigkeit um 75%. Auch hier habe ich Gameplay gesehen, das ist krank. Wirkungsbereich der ultimativen Fähigkeit um 50%. Egal, was du nimmst, das ist einfach krank. Aber ich denke 75% Reichweite, da kannst du auf Distanz deinen Gegnern richtig auf den Sack gehen. Gerade wenn du die Third Party bist. Oder wir haben Regeneration der Trefferpunkte im Nox Gas, wie die passive von Octane oder eben Smoke und Bangalore. Oder Nox Vision verlängert sich. Vergleicht mal bitte diesen Blödsinn zu dieser Maschine. Das haben viele von euch im Perks Video schon gesagt, es kommen viele Legenden ganz schlecht weg. Ramport gewährt zusätzliche Munition pro Stapel, also ähnlich wie eine angreifende Legende oder genauso. Verkürzeltabklingzeit der ultimativen Fähigkeit um 30 Sekunden, das ist sportlich, wie ich finde. Schnelleres Nachladen mit Schieler oder hinter verstärkten Deckungen. Das beinhaltet auch alle anderen Waffen, habe ich im Gameplay gesehen, wird hier nicht geschrieben. Du hast quasi eine LMG, die so schnell nachlädt wie ein Sturmgewehr oder ein Sturmgewehr so schnell wie eine MP und eine MP drücken fertig gefühlt. Also so ist das. Oder verbessertes Handling von mobiler Schieler und 20% schnellerer Spin-Up-Zeit. Das ist auch sehr krank. Aber wer viel die mobilen Cover nutzt, ist hiermit heftig. Warten auch mega, mega stark. Interceptormasten erzeugen an ihrer Basis Bogensterne. Nur feindlicher Angriff. Das heißt, wenn was reinkommt, spawnt das Ding auch was. 1,5 Sekunden Abklingzeit zwischen den Spawns. Das heißt, wenn ein Squad nicht zuballert, kommen nicht gleich 5 Arcstars gleichzeitig aus dem Ding, sondern alle 1,5 Sekunden. Und ich glaube maximal 5. Bogensterne müssen eingesammelt werden. Eher mehr als 5 spawnen. Da wisst ihr schon mal, wie viele da spawnen können. Das heißt, ihr werdet zugeballert und ihr könnt richtig schön gegenballern. Das ist richtig krass. Verbündete werden mit 50 Trefferpunkten wiederbelebt. Das ist bei Gibi übrigens genauso. Kommen wir auch noch zu. Im letzten Video hat das Respawn falsch geäußert. Das sind 50 Lebenspunkte. Das ist auch sehr, sehr stark. Aber ich denke, wir werden hier alle das erste nehmen. Und für die Stufe lila Trefferpunkte und Kapazität für Schuldregeneratoren der ultimativen Fähigkeit verdoppelt. Kriegst du nicht mehr so schnell kaputt. Platziere bis zu zwei Masten mit halber Schilderegenerationskapazität und setze ultimative Beschleuniger doppelt so schnell ein. Finde ich auch sehr, sehr, sehr stark. So, wir kommen zu den Supportlegenden. Und ich bin eigentlich genauso schnell wie im ersten Durchgang. Conduit. Schildbatterieanzahl wird über Todeskisten angezeigt. Reichweite der taktischen Fähigkeit erhöht sich um 10 Meter. Oder Schadensradius jedes ultimativen Störers erhöht sich um 10 Prozent. Erhalte eine taktische Ladung bei halbierter Dauer der Schilderegeneration. Gibi verbündete Werten mit 50 Lebenspunkten. Wiederbelebt. Schrotflinten wird bei Nox automatisch nachgeladen. Hashtag Eva8. Größe und Abklingzeit der taktischen Fähigkeit wird um 25 Prozent reduziert. Das sollte jeder wahrscheinlich zugreifen, weil es so ist. Erhöhte Dauer der taktischen Fähigkeit. Vier Sekunden ist auch nicht schlecht. Aber eine Bubble öfter zu stellen ist natürlich auch interessant. Erhöhtes Wiederbelebungstempo um 20 Prozent. Das ist geil, wenn du zwei genockte Teammates hast. Aber verkürzte Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 10 Sekunden ist massiv, finde ich. Deine Drohne 10 Sekunden schneller einzusetzen. Nächstes Care Package von Lifeline ist ein Versorgungsabwurf. Achtung, da kann also auch eine Craver drin sein. Erhalte eine Selbstwiederbelebung. Zu was würdet ihr tendieren, Lifeline Mainz? Schreibt, Lober öh. Erhöht Höhe und Reichweite der taktischen Fähigkeit. Erhöht Reichweite der ultimativen Fähigkeit um 25 Prozent. Oder Lober kann vom Schwarzmarkt ein zusätzliches Objekt ziehen. Also 3 statt 2. Reduzierte Abklingzeit der taktischen Fähigkeit um 5 Sekunden. Mirage. Verbündete werden mit bis zu 75 Lebenspunkten Gesundheitsregeneration wiederbelebt. Warum da Biss zusteht, verstehe ich nicht. Entweder 75 oder nicht. Erhalte eine ultimative... Er hält einen ultimativen Köder. Verkürzt Abklingzeit um 30 Sekunden. Ich glaube, es ist ein Köder mehr. So müsste das eigentlich heißen. Verwirre aktuell... Verwirren... Also ein Bambusel... Ein erfolgreicher Bambusel lässt deine taktische wieder auffüllen. Oder er erhalte eine Köder-Ladung. Also eine zweite Köder-Ladung. KFS. Die Bambusel ist immer noch richtig dumm. So. Newcastle. Erhöht Tempo vom mobilen Schild auf Wappen-Sprint-Geschwindigkeit. Das ist krank. Zum Pushen. Wenn deine Teammates hinter dir mit in dem Schild laufen. Krank. Denn das mobile Schild ist wirklich so schnell, wie du sprinten kannst. Das ist krank. Natürlich nicht so schnell wie Okke mit seinem Stim. Mobiler Schild. Das mobile Schild-Segment bekommt 250 Trefferpunkte. Ist schwerer zu zerstören. Verbündete werden mit bis zu 75 Trefferpunkten. Gesundheits-Regeneration. Wieder... Ach, jetzt verstehe ich es. Das ist beim Mirage genauso. Das ist eine Regeneration. Das heißt, du hebst jemanden hoch und der bekommt über Zeit 25 Trefferpunkte. Mein Fehler. Und Festungen plus 250 Burgmauertrefferpunkte. Verlängerte Laufzeit der aufgeladenen Barriere auf 2 Minuten. Ladies and Gentlemen. I have ready. Und bin auf eure Meinung gespannt. Abonnieren. Subtrahieren. Dividieren. Macht es, wie ihr wollt. Vergesst auf jeden Fall nicht am Start zu sein. Hashtag viel zu lange. Gerne mit allen anderen Hashtags hier in diesem Video reinhauen. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Und ich freue mich auf die neue Season. Sie wird geil, wenn die Änderungen so reinhauen, wie sie es auf dem Papier versprechen und die Server standhalten. Das war es von mir. Ich wünsche euch was. Ciao.